Mein Bier heißt Hopfenroll und es ist ein echtes Hopfenfeuerwerk. Ich habe hier einen alten Bierstil wiederbelebt. Das Besondere an meinem Bier ist die Kalthopfung, dass wir diese vier Hopfensorten im Lagerkeller dazugeben und dass es dann nur noch diesen fruchtigen Geschmack und keine Bittere ins Bier bringt. Es hat exotische fruchtige Noten, was über Mayakuya, Zitrone und Orange geht. Definitiv perfekt für den Sommer. 1. Vielen Dank.